Wenn man etwas wirklich will, dann erreicht man es auch. Das zeigt unser nächster Bericht. Der Tiroler Willi Abolis hatte immer schon einen Lebenstraum. Er wollte Buchautor werden. Zugetraut hat ihm das allerdings niemand. Bei Abolis war eine massive Lernschwäche diagnostiziert worden. Der geistigen Beeinträchtigung zum Trotz hat der Tiroler seinen Weg aber konsequent verfolgt. Ob ein Jager den Gamsbruch schießen kann, wenn er tragt den Hund unternommen. Große Barmen beitelt einmal hin und einmal her. Drei weiße Anden, aber kalt ist er sehr. Hallo und grüß dich, grüß dich Jager, wieso ist es geladen, wie schwer. Mit knallrote Rosen in deiner Hand. Achtung, dich kann nicht stechen durch das ganze Gewand. Willi Abolis, Künstlername Jack Cartwright, bei der Lesung aus seinem mittlerweile zweiten Buch. Dass der Tiroler einmal Buchautor wird, hätte er selbst nicht gedacht. Als Kind haben die Ärzte ihm eine verminderte intellektuelle Aufnahmefähigkeit bescheinigt, zu Deutsch eine massive Lernschwäche. Aber Willi hat nicht aufgegeben, Lese- und Schreibschwäche hin oder her, wie ein Tirol-Heute-Beitrag aus dem Jahr 1992 über Deutschkurse für Einheimische zeigt. Die Probleme liegen bei mir hauptsächlich im Schreiben. Wenn ich auf Ämter bin oder wenn ich auf Kliniken bin, dann muss ich überlegen, wie schreibe ich jetzt den Andruck, wie muss ich das ausfüllen. Hätten Sie sich jemals gedacht, dass Sie ein Buchautor werden? Nein, das hätte ich nicht gedacht. Ein Bücher schreiben wollte ich eigentlich immer schon. Das ist ein Wunsch von mir, der geht zurück bis zur frühesten Schulzeit. Hauptberuflich ist Willi Abolis bei der Lebenshilfe angestellt. Ganz alleine kann er seinen Alltag nicht meistern. Er braucht Hilfe etwa beim Erledigen der Post oder beim Bezahlen von Rechnungen. Ganz alleine dagegen bringt er seine Gedanken zu Papier. Gedichte über seine Heimat Tirol, geschrieben in Mundart. Ich weiß schon, wenn man Bücher schreibt, dann soll man ein Hauchstöcher schreiben, aber da bin ich einfach kein Freund davon. Mir ist das lieber, wenn ich ein Intellekt schreiben kann. Da schreibe ich einfach drauf los, egal ob das richtig oder richtig oder falsch oder langgeschrieben ist. Ich schreibe es so, wie er mir am leichtesten tut. Ein alte, große Baum ist in Tirol daheim. Wenn nahrig groß ist, ist der Storn. Das Bauernshund ist gesund und auch viele Tiroler Blumen haben bunte Farben. Aber du, wieso ist die braune Chur im dunklen Stall daheim? Wir Tiroler leben, heißt also das neueste Werk von Viliabolis. Es enthält zahlreiche Gedichte und 80 Fotos, die der Autor selbst gemacht hat. Ob es noch ein drittes Werk geben wird, weiß er noch nicht. Gedichte genug, hätte er jedenfalls schon geschrieben. Das war halt so. Und das hat heute noch, was es so.